Ja auch, wenn es eine Schuhe war und so gewesen wäre, wenn man zuerst in uns stattfindet hätte, dann okay, ach so, die Gruppe war dort und so, aber das war auch nicht richtig gesehen. Und ich habe immer noch gesagt, wow, sie genießt der da so, dass du uns ist da jetzt gekommen bist.